Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Maria und ich begrüße auch ganz herzlich unsere beiden Teilnehmer an dieser Diskussionsrunde zum Thema Zukunft der Energiesysteme in Deutschland. Bevor ich die beiden kurz vorstelle, vielleicht noch mal kurz zum Thema. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen damit, wie die Zukunft der Energiesysteme in Deutschland aussieht, was für eine Rolle dabei fossile Brennstoffe spielen werden, vor allen Dingen aber auch erneuerbare Energien. In den letzten Jahren sind wir in Deutschland teilweise schon bei der Stromerzeugung bei fast 50 Prozent bei erneuerbaren Energien gewesen, aber in anderen Sektoren sieht das zum Beispiel ja noch ganz anders aus. Deshalb besprechen wir heute so ein bisschen, wie die Zukunft aussehen kann und was auch dafür notwendig ist, um eine Energiewende in Anführungszeichen zu schaffen. Genau und bevor ich starte, es sind, wir haben auf jeden Fall Fragen aus dem Publikum eingeplant. Also falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne später. Ich werde dazu dann nochmal aufrufen und gehen wir mit dem Mikro durchs Publikum und freuen uns sehr auf eure Fragen. Dann nochmal herzliches Willkommen. Unsere beiden Gäste sind heute Professor Roland Dittmeier. Er ist Institutsleiter vom Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie und beschäftigt sich vor allem mit der Dekarbonisierung von Kraftstoffen und Batterie-E-Mobilität und dem sogenannten Power2X, was er uns vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen genauer erklären wird, was das ist. Und herzlich begrüßen möchte ich auch Dr. Wilhelm Kux-Hindrichs. Er ist an der FZ Jülich, Umweltökonom und am Institut für Energie- und Klimaforschung, Systemforschung und technologische Entwicklung. Und er beschäftigt sich weniger mit der technischen Seite, sondern eher mit der Implementierungsseite, also den langfristigen Eigenschaften von Energiesystemen und vor allen Dingen den Folgen von der Umwandlung im Sinne von Transformation und Innovation. Bevor wir in die Fragen starten, würde ich gerne von euch beiden kurz und knapp wissen, was findet ihr momentan an eurer Forschung besonders interessant? Also was habt ihr gerade, was euch ziemlich begeistert? Roland, fang gerne an. Ja, also was besonders auffällt im Moment, also die Themen begeistern uns natürlich immer, das ist bei Forschung ja immer so, sonst würde man das nicht tun, aber im Moment steht natürlich dieses Thema Energieversorgung voll im Mittelpunkt des Interesses. Das stresst uns, aber das begeistert uns natürlich auch. Roland, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ausführen, während wir warten auf das Mikrofon zu deiner Forschung. Also ein Beispiel für so ein Thema, was wirklich kontrovers diskutiert wird, sind die synthetischen Kraftstoffe. Es vergeht kein Tag, wo nicht irgendeine Welle in die Richtung oder in die Richtung schwappt, wo man immer wieder erklären muss, was ist es eigentlich, was hat es für Vorteile, wofür will man die verwenden und so weiter. Ja, dann probiere ich es jetzt zum zweiten Mal. Ja, passt jetzt, ne? Ja, ich schließe mich da dem Vorredner gerne an. Forschung ist natürlich nicht nur wichtig für die Gestaltung unserer Zukunft, also es interessiert uns natürlich auch immens und das ist ein Teil unseres Lebens in unserem Ökonom, glaube ich, deswegen sind wir da auch Forscher geworden. Ich selber bin Umweltökonom, insofern komme ich eben nicht von der Seite der Technik, aber auch für uns Ökonomen ist natürlich die Technik, wie sagen wir mal, eine ganz wichtige Basis für die Umsetzung eben auch zukünftiger Systeme. Insofern sage ich immer, wir bedrachten die Technik, wenn wir sagen, so in ihren Basiselementen werden die Ingenieure natürlich viel tiefer reingehen und auch Technik entwickeln, das machen wir in Jülich, in meinem Institut nicht. Wir entwickeln nicht Technik, wir bewerten Technik mit Blick auf eben Zukunftsfragen. Und aktuell ist es natürlich so, dass neben den Themen des Klimabezugs, Klimaschutz und auch sonstiger umweltbezogener Fragen natürlich das Thema Energieversorgungssicherheit ganz stark in den Mittelpunkt gerückt ist. Es ist so, es war nie weg, also das Thema Energieversorgungssicherheit war nie weg. Man hat es aber doch in den letzten zehn Jahren auch seitens der Forschung vielleicht stark so aus der nationalen Wille nach innen hingesehen, wie sicher sind unsere Stromnetze zum Beispiel. Aber man hat sich wenig den Fragen gewidmet, wie es ist denn mit der Energieversorgungssicherheit an den Landesgrenzen. Das ist ein Thema, das ist nicht neu. Ich habe selber noch mal in Publikationen geschaut, 2007, 2008, 2009. Und in der Wissenschaft ist es eben so, wie in vielen anderen Bereichen des Lebens, es gibt so Hypes, jetzt, dann geht das hoch und dann geht es auch teilweise wieder runter. Ich glaube, bei den Technologen, so nenne ich sie gerne, ist es durchaus etwas langfristiger. Ich glaube, so eine Technologie lässt sich nicht im Jahresrhythmus entwickeln. Dafür braucht man viel Zeit. Die Ökonomie kann sich aber auch relativ schnell zu der Auswirkung der akuten Krise der Versorgungssicherheit äußern. Und das ist das, was wir tun. Vielen Dank. Wir haben ja jetzt schon eben gehört, dass fossile Energien immer noch eine Rolle spielen. Und ihr habt ja auch beide schon gesagt, dass die Energiesysteme auch in den Fokus gerückt sind momentan. Ich denke auch, dass das auf den Krieg in der Ukraine anspielt. Deshalb ist das ja auch in Deutschland noch mal besonders in den Medien in den Fokus gerückt, um jetzt aber noch mal alle auch im Publikum abzuholen. Roland, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, wie das Energiesystem in Deutschland momentan so ganz grob aussieht und wie es so in den nächsten zwei, drei Jahren aussieht, also um noch mal alle in die Situation zu holen? Also Energiesystem hat natürlich verschiedene Aspekte. Wir haben natürlich das elektrische Netz, wo man sich gleich vor Augen halten muss, dass die elektrische Endenergie ist vielleicht 20 Prozent der Endenergie. Mehr ist es nicht. Also wenn man jetzt über Energiewende redet, sieht man immer Windräder, PV und guckt auf das elektrische Netz, weil sich da relativ viel getan hat. 50 Prozent, du hast es gesagt. Aber da gibt es natürlich auch Wärme, da gibt es Kraftstoffe und die chemischen Einsatzstoffe und das sind halt die 80 Prozent. Und das ist natürlich noch überwiegend fossil. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie sich der Verkehrssektor entwickelt hat, wie sich die Industrie entwickelt hat, wie sich der Stromsektor entwickelt hat, dann sieht man, dass da nicht genug Dynamik ist. So und deswegen, und jetzt haben wir ja die Vision, das umzustellen auf Erneuerbare. Natürlich nicht in zwei, drei Jahren, sondern in 20, 30, 40 Jahren. Und das bedeutet im Endeffekt Aufbau von Erneuerbaren. Aus der Kernenergie wollen wir ja aussteigen. Also Aufbau von Erneuerbaren und dann Umwandlung von Strom in die anderen Formen von Endenergie. Natürlich auch Direktnutzung von Strom. Das ist dieser ganze Trend der Elektrifizierung. Fahrzeuge, aber auch andere Anwendungen. Und wo wir halt chemische Stoffe brauchen, dann eben über den Weg Power to X, also Strom, der dann CO2-frei sein muss, Umwandlung in chemische Energieträger, die ich dann als Rohstoffe oder für Hochtemperaturwärme und solche Dinge verwenden kann. Das ist so grob mein Bild. Jetzt müsste man noch sagen, jetzt importieren wir natürlich den Großteil unserer Primärenergie. Wir werden, da kann Wilhelm sicher noch genauer drauf eingehen, wir werden auch in Zukunft Energie importieren müssen. Vielleicht weniger, also nicht vielleicht weniger, ich denke definitiv weniger als jetzt vom Anteil, aber nicht null. Und die Frage ist, was ist das dann? Ist das Strom eher schwierig? Sind das chemische Stoffe? Wo kommen die her? Alles klar, vielen Dank. Dann wollen wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen und uns einfach mal vorstellen, dass es einen Energiemarkt gibt, bei dem fast alles von erneuerbaren Energien herkommt. Ganz weit in der Zukunft vielleicht. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, Wilhelm, wie würde das von deiner Forschungsseite aussehen? Was bräuchte es dafür? Sind die Bedingungen schon da, aber werden nicht genutzt? Oder muss da noch viel getan werden in der Forschung? Also da muss natürlich auch seitens der Forschung der Ökonomie oder der Sozioökonomie noch vieles getan werden. Wir haben ja wirtschaftspolitische Grundlagen gelegt für den Weg erneuerbare Energien, aber ich meine, wir müssen nur gucken und der Roland hat die Anteile ja kurz angerissen, das ist natürlich viel zu wenig, was wir besser haben. Und das viel zu wenig würde ich aus meiner Sicht als Volkspferd so in zwei Bereiche aufspalten. Auf der einen Seite haben wir viel zu wenig Investitionen in Erneuerbare, denn jedes Windrad, was wir später mal brauchen werden, muss ja zunächst aufgebaut werden. und die Vorprodukte müssen hergestellt werden. Also wir müssen Akteure im System identifizieren, die also A investieren können und die B auch investieren wollen. Und beim Investieren wollen, also können können wir viel, technologisch ist da unheimlich viel auf dem Weg und wird auch aus meiner Sicht als Ökonom super weiterentwickelt. Wir können viel, es scheitert oft noch an dem Wollen, aber auch nicht, weil Individuen oder Akteure, wie wir gerne allgemeiner sagen, das per se nicht wollen, sondern weil Rahmenbedingungen dafür nicht so geschaffen sind bisher. Naja, ich sage es mal mit dem platten ökonomischen Ausdruck, dass sich Investitionen auch mit einer gewissen Sicherheit rechnen. Sie müssen sich ja vorstellen, bei einer Windenergieanlage, wie wir sie heute kennen, reden wir ja über Millionenbeträge, die dort für eine Anlage investiert werden. Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft gehen, wir werden sicherlich noch das Thema Wasserstoffstreifen, da stehen Investitionsgrößenordnung vor uns, also im Bereich hunderter Milliarden. Und nun ist natürlich klar, ein Investor, der im Prinzip von der Idee überzeugt ist und auch einen gewissen Markt der Zukunft da erkennt, der braucht natürlich ein gewisses Korsett, auch an Sicherheit für die Zukunft, sodass zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also einer hohen Wahrscheinlichkeit, auch ein Return kommt. Und wir haben insgesamt die Bedingungen wirtschaftspolitischer Seite, auch regulatorischer Seite, noch nicht so weit gestalten können bisher, dass das eben zu mehr Investitionen führt. Was wir ja eher sehen in den letzten Jahren, zumindest bei der Windenergie, ist ja eher sogar ein Rückgang der investiven Tätigkeit. Und das macht natürlich große Sorge auf der einen Seite und zeigt eben auch mal, welcher Immenserbedarf da auch von der Seite der Sozioökonomie da ist. Also hier Forschung ist immer weiter zu betreiben, um genau diese Eckpunkte so belastbar zu machen, dass wir Akteure gewinnen und überzeugen können, Investitionen zu tätigen. Das ist der Schlüssel. Wir brauchen Investitionen. Roland, möchtest du da was ergänzen oder vielleicht sonst noch darauf eingehen, wie das von der technischen Seite her aussieht, was da noch fehlt oder was vielleicht auch schon da ist und nicht genutzt wird? So viel muss ich nicht ergänzen. Vielleicht noch ein paar andere Beispiele. Windrad ist ein relativ überschaubares Beispiel. Wenn ich jetzt über Wasserstoffinfrastruktur rede, das sind ganz andere Beträge und ganz andere Zeiträume, über die das dann amortisiert werden muss. Das sind einfach große Investitionen, wo man eine hohe Sicherheit braucht, dass die wirklich sich amortisieren können. Ein Teil von einer neuen Infrastruktur werden ja auch sicherlich Speicher sein. Das haben wir jetzt auch gerade schon gehört. Power to X, du hast es schon kurz erklärt. Um jetzt da noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie realistisch ist das in naher Zukunft, dass man diese Speicher nutzt? Also das ist hauptsächlich auch ein ökonomisches Problem mit den Speichern. Im Moment haben wir vielleicht jetzt, wenn wir vom Strom gucken, 50 Prozent Erneuerbare. Das bedeutet, manchmal haben wir zu viel Strom, dann wird der Strompreis null oder sogar negativ. Aber in Summe ist es noch nicht allzu viel. Ich glaube, es sind vier, fünf Terawattstunden pro Jahr gesamt an Strom, der abgeregelt wird, weil er nicht verwendet werden kann und auch nicht gespeichert werden kann. Das reicht ad hoc erstmal nicht, um jetzt groß in Speichertechnologie zu investieren. Dann haben wir noch das Problem mit dem Netzentgelt. Wenn ich also Strom einspeichere und wieder ausspeichere, habe ich verstanden, zahle ich zweimal Netzentgelt. Nicht wirklich ein ökonomischer Anreiz, was zu speichern. Also wenn jetzt allerdings 70, 80, 90 Prozent Erneuerbare im System sind, dann haben wir entweder schon einen sehr starken Netzausbau, auch in die anderen europäischen Länder, oder wir werden viel größere Mengen speichern müssen. Aber da sehe ich einfach noch viel zu wenig Bewegung und mit Batterien geht das auch nicht wirklich. In der großen Skala, diese Terawattstunden können wir nicht mit Batterien speichern. Und da müsste man, glaube ich, wirklich was tun, weil das ist ein Bottleneck. Von der technischen Seite her noch mehr forschen, meinst du? Von der technischen Seite sind die Lösungen, die sind eigentlich recht weit. Das würde ich sagen, ist Power to Gas. Also im einfachsten Fall habe ich jetzt einen Elektrolyseur, der erzeugt Wasserstoff. Ich speichere den Wasserstoff und wenn ich dann Strom bräuchte, nehme ich diesen Wasserstoff in zum Beispiel einer Brennstoffzelle und erzeuge Strom. Da bräuchte man sicher noch eine Skalierung. Also man muss diese Anlagen größer bauen, man muss mehr davon bauen, dann gehen die Kosten runter. Aber nichts Grundsätzliches. Das heißt, wäre eher dein Fachgebiet wahrscheinlich, wo es hapert momentan? Also auch aus der Sicht der Ökonomie finde ich schon, dass Technologie immer weiterentwickelt werden muss. Sie müssen natürlich für die Zukunft noch effizienter werden, als sie heute ist. Das ist, glaube ich, ein allgemeiner Wert und Kennensatz, den wir beide sicherlich teilen. Aber ich denke schon, wie der Roland, wir haben vieles an Technologie verfügbar, die wir heute im Prinzip einsetzen könnten, wo wir, wenn wir sagen, auch die Systemtechnikkenntnisse eigentlich ganz gut in den Griff haben, wo aber aufgrund von Regulierung, von vormaliger Gesetzgebung und so weiter, im Grunde genommen, zumindest für Großinvestoren, noch keine Rentabilität in Sicht ist. Also das Beispiel, was der Roland genannt hat, dass sie bei Stromeinspeicherung und dann bei Stromauspeicherung im Prinzip zweimal Netzgebühren zahlen. Also wir reden da nicht über den Witz. Das ist aus einer Regulierung entstanden, die natürlich auch letztlich erst einmal gewachsen ist in einem völlig anderen Umfeld. Das EEG hat sich natürlich über jetzt, ich sage mal, mittlerweile über 20 Jahre entwickelt, aber muss sich eigentlich auch permanent auf neue Fragen, neue Technologien und neue Problematiken einstellen. Um wie immer bei Gesetzesverfahren das so zu organisieren, dass man am Ende ein gutes Ergebnis hat, welches die technischen Möglichkeiten voll widerspiegelt, gleichzeitig aber auch ökonomische Effizienz erzeugt und dann auch noch, wenn wir wissen, wie es läuft, Gesetzesvorlagen unterliegen natürlich eine Vielzahl von Diskussionen und Einflüssen. Selbst unter Wissenschaftlern ist die Sichtweise ja nicht immer unisono, dass man es so oder so machen sollte. Und das führt zu solchen Situationen. Also da ist natürlich zu wenig Dynamik im Spiel. Roland hat es da, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das muss besser werden. Das ist auf dem Weg. Es braucht leider offensichtlich mehr Zeit, als wir uns das vielleicht bisher haben vorstellen können. Vielleicht eine kurze Ergänzung mit diesem Prinzip Strom erzeugen, speichern und dann wieder nutzen, was, denke ich, sehr gut funktioniert, ist so im Gebäudebereich. Also wenn ich jetzt PV-Anlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher mir das anschaue, das ist ein super System, weil dadurch generiere ich im Prinzip immer tagsüber den Strom, den das Haus nachts braucht. Und ich habe weniger Notwendigkeit, Strom ins Netz einzuspeisen und wieder aus dem Netz zu beziehen. Schon dezentral. Das heißt, dadurch verbessere ich natürlich die Energiebilanz der Häuser und ich entlaste das Netz. Deswegen denke ich, das wird mehr oder weniger flächendeckend kommen. Also auch vielleicht in Bezug auf Photovoltaikanlagen auf dem Dach noch zusätzlich, dass man weggeht von einer allgemeinen Stromversorgung, sondern mehr in Richtung... Man wird nicht weggehen, aber ich kann, also für denjenigen, der das macht, ist das natürlich ein Anreiz, weil ich dann weniger Strom beziehen muss. Die PV-Anlagen sind ja nicht mehr so teuer. Batterien sind noch mehr so das Bottleneck und Wärmepumpen. Das bedingt natürlich, dass das Haus keine so hohe Vorlauftemperatur braucht, also halbwegs gut isoliert ist. Das sind so die Fragestellungen. Aber ich denke, da ist man schon recht weit. Das Thema PV und Batteriespeicherung quasi im privaten Umfeld ist natürlich ein wunderschönes Thema, wo auch ökonomische Abwägungen eigentlich einhergehen mit Abwägungen sozialer, gesellschaftlicher Art. Wenn Sie sich heute so einen klassischen Investor vorstellen, der MPV aufs Dach legt, oft sind das ja Eigenheimbesitzer, also ganz wenig im Mieterstrombereich. Das ist jetzt in Entwicklung. Dann hat man heute eine Situation, derzeit werden, glaube ich, etwa 70 Prozent von Neuanlagen direkt eben mit Stromspeicherung ausgerüstet. Gleichzeitig ist es so, der Roland hat es angesprochen, kostenseitig ist es derzeit sogar so, dass das, also wenn Sie das rein ökonomisch betrachten würden, das unter Umständen sogar hinterfragen könnten, wo Sie sich dann wundern, ich sage mal, warum werden da so viele Speicher eingesetzt. Und auch in Untersuchungen, die wir gemacht haben, zeigt sich, dass den Menschen ist ja zumindest zu einem gewissen Teil an mehr gelegen, als nur an Ökonomie und Geldeinsparten. Also die Frage, ob Sie sich zumindest teilautark machen können von Ihrem lokalen, regionalen Stromversorger, obwohl auch immer Sie Strom bisher bezogen haben, gewinnt für viele Menschen an Bedeutung. Also die Bedeutung nimmt dazu und dann kann es offensichtlich auch durchaus praktikale Lösungen geben, gerade im privaten Umfeld, die nicht bis auf den letzten Cent spitz gerechnet sind im Sinne von Return für mich, sondern wo mal sagen, wo eben andere Werte, die mir offensichtlich sehr am Herzen liegen, eben auch mitbedient sind. Und bei Fragen von Technologiebewertung, gerade in dem Bereich, kann das eine Rolle spielen. Bei Großinvestoren, wenn wir über die Elektrolyse lesen der Zukunft, ich glaube, da müssen wir eben diese Frage der ökonomischen Effizienz noch viel klarer thematisieren und auch die Dinge dort benennen. Und es ist im Unterschied, ob Sie investieren in eine PV-Anlage zu Hause, Größenordnung, je nachdem, was Sie da bauen, 10.000 bis 30.000 Euro, ist auch viel Geld. Aber es ist natürlich was anderes, wenn wir darüber reden, für eine Einzel-Elektrolyse 500 Millionen Euro zu investieren oder für komplette Systeme der Zukunft reden wir über 100 Milliarden. Das heißt, auch in der Frage der ökonomischen Bewertung ist das, je nachdem, wo ich dahinschaue, auch durchaus noch mal unterschiedlich zu betrachten. Den Punkt finde ich immer interessant, die ökonomische Bewertung, wenn ich als Individuum jetzt irgendwas konsumiere, mache ich das unter dem ökonomischen Blickwinkel oder nicht? Ich behaupte, wir machen das meistens nicht unter dem ökonomischen Blickwinkel, sondern wir kaufen das, was wir halt wollen. Und da gibt es eine eigenartige Situation, das ist selten so etwas wie Technik im Haus. Also beim Auto ist es schon wieder so. Viele Leute, für die ist sozusagen das Fahrzeug ganz wichtig, wenn ganz viel Geld fürs Fahrzeug ausgegeben, stellt keiner die Frage, ist es eigentlich wirtschaftlich, dieses Fahrzeug zu fahren oder ist es wirtschaftlich, diesen Pullover zu kaufen? Aber bei der Heizung, bei der Heizung sind wir alles super, super fokussiert darauf, dass es das Billigste sein muss, muss immer funktionieren, sozusagen kein, keinerlei emotionaler Faktor. Das ist schlecht. Das ist genauso wichtig. Aber das ändert sich eben. Und das ist ein Teil auch meines Arguments, das ändert sich. Wenn Sie eben nochmal das Beispiel mit den PV-Anlagen und eben Batteriespeicherung, wenn Sie ein paar Jährchen mal zurückgehen, also ich selber habe eine PV-Anlage gebaut 2010, also schon ein paar Jährchen her, und in meinem Umfeld, Freundeskreis, Bekannten, also das war auch so ein Thema unter uns. Und das gewann einfach einen Wert, das war auch ein Ausdruck, wenn wir mal sagen, der eigenen Person, die man darstellt, ob man sich solchen fortschrittlichen Technologien gegenüber öffnet oder eben nicht. Und wenn man das tut, dann tut man das natürlich in der Tat nicht nur unter dem pekunierenden Ansatz, also wo es dann um Geld geht. Also insofern sind Produkte, die ich kaufe oder eben nicht kaufe, in dieser Hinsicht, wenn wir mal sagen, auch in unterschiedliche ökonomische Schubladen zu legen. Das stimmt. Und bei bestimmten Technologien hat es eben seit Jahren eingesetzt, dass die pure ökonomische Frage, wenn wir mal sagen, nur noch ein Element der Bewertung ist, wohingegen bei dem Auto, da bin ich bei, in den allermeisten Fällen, also auch, muss ich gestehen, in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die Frage, ich sage mal, der ökonomischen Effizienz nicht wirklich vorne steht. Interessanterweise ist es aber so, wenn Sie Befragungen machen, machen wir ja auch in dem Bereich, dann kommt regelmäßig raus, dass der Preis des Autos eine große Rolle spielt. Also die Frage ist natürlich, wenn wir sagen, die Bekundung spielt eine große Rolle, das ist die sogenannte Bekundungsebene, ist eben etwas anderes als die sogenannte Handlungsebene. Also welche Schlüsse ziehe ich daraus, ziehe ich überhaupt Schlüsse daraus und wie agiere ich dann? Also in der Handlungsebene, da bin ich beim Roland, da ist es oft so, dass Menschen dann natürlich sich nicht ökonomisch verhalten, sondern wenn wir sagen, ein Wertesystem im Kopf haben. Ökonomen sprechen ja auch gar nicht von einer Nutzenfunktion mit verschiedensten Kategorien und Elementen und da kann gerade bei einem Auto, stecken da viele andere Elemente drin, die eigentlich nichts mit dem Preis zu tun haben. Also ich sage mal, ein paar Jahre zurück war eine erste Frage, wenn man ein Auto gekauft hat, also ich bin natürlich nicht mehr der Jüngste, also in meiner Jugend war die Frage immer, wie viel PS hat das Auto? Da fragte niemand danach, wenn man mal sagt, wie ist der Treibstoffverbrauch? Und in vielen Fällen ist es ja heute noch so, dass der Treibstoffverbrauch bei Automobilen in der Bewertung nicht unbedingt sehr weit vorne steht. Also es gibt eben unterschiedliche Güter in unserem System, die wir als Menschen und Akteure im täglichen Leben durch Entscheidungen kaufen oder Nutzung implizit bewerten und manches davon macht man nach ganz rationalen ökonomischen Erwägungen und vieles andere eben nach Plausibilitäten, die mit Nutztenfunktionen oder auch Gefühl des Nutzens für uns zu tun haben. Ja, es kann sich aber nicht jeder und jede eine Photovoltaikanlage auf dem Einfamilienhaus leisten. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über Preise von Autos und PV auf dem Dach. Wie sieht das denn aus der sozialen Sicht aus? Was muss, welche soziale Verantwortung haben wir in Deutschland, vielleicht auch erneuerbare Energien einzusetzen? auch für Leute, die vielleicht nicht aktiv Einfluss darauf nehmen können? Gerne. Schlecht empfunden? Ja, wir haben natürlich ein hohes Maß an sozialer Verantwortung an der Stelle. Also ich spreche mich auch beleibe jetzt nicht dafür aus, dass nur eigene Besitzer ihre PV-Anlage bauen sollen und dass der Staat das dann im entsprechenden Umfang fördert. also das muss er auch fördern, wo wir tatsächlich weit zurückhängen. Das ist natürlich, was machen wir mit dem Teil der Bevölkerung, der aufgrund eben eigener Lebensumstände und Parameter eben das so nicht machen kann? Also wenn sie kein Einfamilienhaus besitzen oder eben da kein Eigentum haben, dann können sie aus der Perspektive erstmal nichts bauen und andere Konzepte, also Gemeinschaftsstromkonzepte zum Beispiel oder auch eben so Mieterkonzepte die sind noch nicht so weit in ihrer Entwicklung gediehen, dass man wirklich sagen könnte, das fängt an flächendeckend zu greifen. Also gerade an der Stelle brauchen wir vielmehr auch, ich sage mal, wirtschaftspolitischen Einfluss, um das in die richtige Richtung zu bringen. Also ich selber bin natürlich ein Verfechter auch dafür, dass wir sowas wie Gemeinschaftsstrommodelle also weiterentwickeln, gerade in dem Umfeld, wo viele Menschen zum Beispiel gemeinsam in einer, also nicht in einer Mietwohnung, aber in Mietwohnungen wohnen, also Mieterstromkonzepte und diese Dinge, da sind wir längst nicht weit genug. Also in der Tat, da haben wir viel aufzuholen. Denn letztlich ist es so, ich sage mal, unabhängig davon, ob sie jetzt nur gerade eben ein Familienhaus besitzen, also wenn es um PV geht, sollte man aus meiner Sicht und ich glaube, da ist die Wissenschaft oder überhaupt in unserem Wertesystem relativ klar, natürlich möglichst vielen Menschen die Möglichkeit bieten, auch da zu partizipieren. Ich meine, das Prinzip funktioniert ja nicht nur im Einfamilienhaus, das funktioniert ja auch im Quartier, nur ist das dann halt das Stadtwerk oder sonst jemand und dann ist halt die Frage, ist es dann wirtschaftlich oder wie organisiert man das und so weiter. Aber ich denke mal, das Prinzip funktioniert da genauso. Ja, müsste es in der Hinsicht dann mehr politischen, also politische Gesetze und Regelungen geben, also einfach mehr Anreiz, dass es auch wirtschaftlicher wird? Also entweder wir hebeln die Wirtschaftsgleichheit an der Stelle aus, indem wir sagen, das machen wir, weil wir das wollen, okay, Variante 1, oder man muss es eben durch entsprechende Regulierung zu einem Business Case machen. Ja, aber aus technischer Sicht würde sich das auf jeden Fall rechnen, wenn man jetzt auch... Aus technischer Sicht wäre es sinnvoll, sagen wir mal so, weil es natürlich unabhängiger macht, weil es Stabilisieren eben ja, unnötigen Netzausbau eindämmt. Ja, also teile ich natürlich. Also es ist so, unser Gesetzessystem, was wir haben, hat sich historisch entwickelt. Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen einfach mal da gewesen, sondern dahinter steht eine historische Entwicklung und das war natürlich ursprünglich darauf ausgerichtet, gerade im Strombereich, dass sie so Großinvestoren haben. Und dann gibt es eben Energiewirtschaftsgesetz und jeder, der da Strom produziert und liefert, das heißt, ich verkaufe den Zweifel an Sie, dann bin ich Stromlieferant nach dem Gesetz und werde auch als solcher so behandelt, genauso wie jetzt E.ON oder RWE. So, und das können Sie natürlich mal sagen, in so kleineren Konzepten, wo vielleicht vier, fünf, sechs Wohnungen damit bedient werden, nicht einfach eins zu eins so umsetzen. A, so A, Sie geraten dann als Stromlieferant in eine rechtliche Verantwortung, die im Prinzip analog ist zu den Großinvestoren bei EWE. Sie haben aber zu Hause niemanden, man muss sagen, der Ihnen im Grunde genommen eine Rückenfreiheit hat, das müssen Sie selber organisieren. und die Rentabilität ist natürlich insofern dann auch davon betroffen, weil das ganze Prozedere erfordert natürlich, dass Sie also nicht nur Zeit dafür aufwenden, sondern gegebenenfalls auch einfach Kosten damit haben. Also da müssen wir ran und eine der zentralen Fragen neben vielen, vielen technischen Details, die damit einhergehen, wie schaffen wir es, wie organisieren wir es, dass wir eben, ich nenne das mal jetzt, diese kleinen Investoren, dass wir diese kleinen Investoren in der Energiewirtschaft anders behandeln, auch von der rechtlich-juristischen Seite her als große Investoren und Stromlieferanten. Ich glaube, da liegt der Dreh- und Angelpunkt und deswegen scheitern bisher sehr, sehr viele Quartiersprojekte, Projekte in Mehrfamilienhäusern. Also Sie müssen ja im Zweifel auch jemanden finden, der aktuell bereit wäre, diese Hürde zu stemmen, der sich auch selber mit allem, was er hat, also nicht nur mit seinem Geld, was er vielleicht mitbringt, sondern auch mit der Zeit, mit dem Effort, den sie leisten müssten, müssen Sie jemanden finden, der da reingeht und das ist derzeit noch nicht so einfach. Also da muss die Politik ran. Ja, muss es vielleicht auch einfach mehr Schnittstellen oder mehr Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft und der Gesellschaft geben und habt ihr vielleicht positive Beispiele, wo das in Richtung Energiesysteme schon gut funktioniert, diese Zusammenarbeit, also Systeme, Technologien, die schon gut implementiert sind, die man als Paradebeispiel nehmen könnte? Also ich habe immer so den gewissen Verdacht, dass manche Akteure vielleicht gar nicht so viel Interesse haben, dass so viele Akteure da auf den Plan treten und die ganze Landschaft so unübersichtlich wird. Natürlich, das Netz ist jetzt nicht zu unterschätzen. Das ist nicht so einfach, ein Netz stabil zu halten, wenn da sehr viele Punkte sind, wo eingespeist wird, wenn ich keine großen Turbinen mehr habe, die die Spannung konstant halten. Das ist jetzt die technische Seite. Die hat auch damit zu tun. Und wer hat die Verantwortung dann dafür und wie wird das bezahlt? Aber wenigstens ich bin jetzt da nicht so tief drin, aber mein Verdacht ist, dass halt gar nicht so richtig viel Interesse ist, dass sich das so stark dezentral ausrollt. Also in der Tat sind die Interessen unterschiedlich und ich erzähle mal irgendwie vielleicht eine Minute auch aus dem praktischen Leben. Ich war selber mal Stadtrat eine gewisse Zeit lang und dann hatten wir natürlich auch mit dieser Frage zu tun, also Ausbau von Windenergiegebieten, wie wird das organisiert, wie groß sind die Flächen. Dann ist schon mal die Frage, wem gehören die Flächen. Wie auch immer, am Ende stand das Konzept für ein Windenergiegebiet und einzelne Ratsherren, zu denen zählte ich. Wir haben natürlich auch gefragt, wie wollen wir denn die Bürger beteiligen? Es geht ja nicht nur um die Frage der Investition an sich oder eines Einzelinvestors. Wie wollen wir denn die Bürger beteiligen? Und am Ende ist ein sogenanntes Bürgerbeteiligungskonzept dabei herausgekommen, mit dem ich persönlich völlig unzufrieden war. Aber als Ratsmitglied bestimmen Sie nicht alleine. Sie müssen Mehrheiten organisieren. Ich war deshalb völlig unzufrieden. Bürger konnten sich beteiligen an eben Windenergieanlagen mit, also für viele Menschen leistbare Größenordnung, so ab 1.000 Euro, glaube ich, war diese Staffelung, aber auch nur bis 10.000, also dass nicht Leute reingehen, die einfach da viel Geld reingeben. Das Problem war nur aus meiner Sicht, diese Bürgerbeteiligung, die so definiert war, war aus meiner Sicht keine echte, weil eigentlich waren sie Kreditgeber. Also ist jetzt ein bisschen Finanztechnik, also sie waren Kreditgeber, sie haben also diesem Unternehmen, welches diese Anlage bauen wollte, quasi einen Kredit gegeben, sagen wir mal über 5.000 Euro. Das ist schon mal was anderes, als ob sie, sag ich, Miteigentümer sind. Und zum Zweiten, dieser Kredit, der wäre dann auch noch nachrangig bedient gewesen. Also jetzt Finanzjargon, nachrangig bedienbar heißt, wenn im Zweifel einer solchen Anlage in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, schlimmstenfalls Konkurs, dann wird immer der erste Rang zuerst bedient. Und das ist da, wo die Bankenkredite sitzen. Die werden immer erstrangig eingetragen. Und wenn sie nachrangig eingetragen sind, dann ist im Zweifel gar keine Finanzmaße mehr da, dass man ihnen den Kredit zurückbezahlt. Und ich habe dann, oder nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen und Kolleginnen, wir haben uns massiv dagegen eingesetzt, aber wir waren zu wenige. Aus meiner Sicht ist eben auch in den Kommunen dort noch viel notwendig, Bürger auch mitzunehmen. Ich glaube eben, das geht. Es gibt ja auch Beispiele, genossenschaftliche Anlagen zum Beispiel, aber auch andere Konzepte, wo Bürger eben auch Miteigentümer sind. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielen kann, auch für sie selbst. Ob sie das Gefühl haben, ich sage mal, also ein Teil dieser Anlage gehört mir vielleicht, auch wenn es nur ein kleiner Anteil ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, das kann also wichtig sein für einen Teil von Bürgern, einfach um aktiv zu werden für die Energiewende. Und an der Stelle passiert aus meiner Sicht zu wenig. Das liegt aber auch großen Teils dann, sagen wir mal, in kommunaler Hand, also in der Region, in der sie leben. Das ist aus meiner Sicht keine Frage jetzt unbedingt nur der Gesetzgebung aus Berlin. Danke. Ich würde mit euch jetzt gerne nochmal weiter in die Zukunft gucken. Roland hatte eben schon gesagt, es werden wahrscheinlich eher 20, 30, vielleicht auch 40, 50 Jahre werden, bis sich da grundlegend viel ändert. Magst du nochmal aus der technischen Sicht da einmal einsteigen, wie du meinst, dass es in 20 bis 30 Jahren in Deutschland mit der Energieversorgung aussieht? Also ich denke schon, dass sich auch in den nächsten zehn Jahren ganz viel ändern wird. Aber das wird nicht in den nächsten zehn Jahren gelöst, die Umstellung auf Erneuerbare. Das ist völlig klar. Das geht nicht in der kurzen Zeit. Perspektivisch, mein Bild ist relativ einfach. Ich habe das schon skizziert. Wir werden schauen, wo immer möglich, erneuerbare Energien aufzubauen, damit wir einfach eine höhere Erzeugungskapazität haben, damit wir einen möglichst großen Anteil der Energie, die wir brauchen, hier erzeugen. Aber wir können nicht alles hier erzeugen. die 20 Prozent elektrisch versus eben dann 100. Insgesamt habe ich schon gesagt, vielleicht kommen wir auf 50 Prozent elektrisch. Aber das sind immer noch 50 Prozent nicht und die müssen dann importiert werden. Und da ist die, mein Blick, wird Wasserstoff eine Rolle spielen, da wird auch sowas wie Methanol eine Rolle spielen, da wird vielleicht auch ein synthetisches Öl eine Rolle spielen, das letztendlich mit Solar- oder Windstrom gemacht wird und dann hierher transportiert wird und hier zu, weiß ich nicht, Kerosin, zu irgendwelchen Einsatzstoffen für die chemische Industrie umgearbeitet wird in zukünftigen Raffineriestrukturen, die anders aussehen als die heutigen, vermutlich ganz anders. Das ist so mein grobes Bild. Also mehr hier Import von bestimmten Ländern, die eben sehr gutes Potenzial für erneuerbaren Strom haben, weil bei Power to X ist natürlich Power der Hauptpunkt, was die Kosten angeht. Und jetzt können Sie selber mal rechnen, wenn Sie mit 30 Cent pro Kilowattstunde, was jetzt Sie alle oder 40, wo sind wir jetzt, sowas machen würden, dann kommen Sie auf Kosten für solche chemischen Energieträger, die exorbitant hoch sind. Und damit können wir nichts anfangen, weder in der Industrie noch jetzt in der Mobilität. Das heißt, die Stromkosten müssen so weit runter, dass das irgendwie sinnvoll ist. Also nur mal als Anhaltswert, ein Cent pro Kilowattstunde für den Strom ist ungefähr 20 Cent pro Liter von einem flüssigen Kraftstoff. Also 40 Cent sind dann 8 Euro. Das geht nicht. Es müssen 5 Cent oder sowas sein. Dann sind wir im Bereich 3, 2, so, die Ecke. Und diese Ecke kriegt man natürlich nicht hier schon gar nicht mit Netzentgelt, keine Chance, sondern das ist dann zusätzlich erzeugte erneuerbare Energie mit großen Windparks oder großen Solaranlagen und dann vor Ort Umwandlung in einen gut transportierbaren, mit wenig Verlust auch effizient transportierbaren Energieträger und sowas werden wir importieren. Aber nicht nur wir, sondern natürlich auch alle anderen Länder, die ähnlich aufgestellt sind wie wir, die viel Energie brauchen und nicht so viel Fläche haben und nicht so hohes Potenzial haben. Da wird es also auch einen Wettbewerb geben. Und natürlich muss man auch darauf gucken, dass man in den Ländern, woraus man das dann importiert, auch eine vernünftige Wertschöpfung hat und die dortigen Energiesysteme auch defossilisiert. Das bringt ja nichts, wenn wir Netto Null erreichen und der Rest der Welt nicht. Dann haben wir auch nichts gekonnt. Was für Länder wären das beispielsweise, die die Möglichkeit hätten? Ein Standardbeispiel ist Patagonien, also quasi Südamerika, wo sehr viel Wind ist. Also grob kann man sagen, ganz im Norden, ganz im Süden gibt es viel Wind. Um den Äquator gibt es natürlich viel Sonne. Das heißt, wir haben natürlich die Nordsee, ist auch ein Gebiet, wo wir viel Wind haben. Dann eben hier Südamerika, Neuseeland. Wir haben natürlich auch Nordafrika, wir haben natürlich auch die mediterranen Länder mit PV. Also es gibt schon viel Potenzial. Ja, in der Tat, das ist so. Und ich sage mal, die Abhängigkeit, die wir ja bis dato haben, mindestens beim Import eben fossiler Energieträger, die werden wir dadurch ändern, weil wir eben ja keine fossilen Energieträger mehr wollen in Zukunft. Es werden aber andere Formen von Abhängigkeiten kommen. Wir werden immer teilabhängig sein von Energieimporten. Ich glaube, das lässt sich aufgrund des Bedarfs, den wir haben und unserer eigenen Möglichkeiten, Energie bereitzustellen, leichter kehren. Gleichzeitig ist es so, man muss eben bei dem Blick in die Zukunft identifizieren, sehen, wo sind diese Potenziale in welchen Ländern. Aber aus meiner Sicht eben auch ein bisschen Vorsicht verhalten lassen. Im Moment wird zum Beispiel durch das Forschungsministerium wird durch die Vielforschung gefördert, Wasserstoff aus West- und auch aus südafrikanischen Ländern. Nun sind das Länder, die aufgrund ihrer natürlichen Gegebenheiten durchaus in der Lage sind, sehr, sehr viel grünen Wasserstoff zu produzieren, weil einfach Wasser da ist, weil Wind und oder Sonne eben entsprechend da ist. Und wir würden dann diesen grünen Wasserstoff in der Zukunft gerne zu uns exportieren lassen. Das heißt, wir kaufen den. Das wird zumindest aus meiner Sicht so einfach nicht funktionieren, weil dort die Frage, was kostet der Strom, wenn ich den, also was kostet der grüne Wasserstoff, wenn ich den dort herstelle, nur eine Seite der Medaille ist, wie der Roland sagte, da wird es zu Wettbewerbs-Effekten kommen, und auch andere Länder werden gerne auf diese Art der Ressourcen zugreifen. Das heißt, es werden Wettbewerbspreise auch für diese Energiegüter entstehen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie beim Erdöl. Wenn das Erdöl, welches wir verbrauchen in Deutschland, nach den Gestehungskosten in Saudi-Arabien bezahlt werden müsste, dann wäre das zwei Dollar pro Barrel. Also wenn Sie dort, das sind etwa zwei Dollar, die die Saudis aufbieten müssen, um das Erdöl dann irgendwie aus dem Boden zu holen. Also mitnichten ist es nur der Gestehungskostenansatz, der sagt, was ist hinterher der Preis. Und ich glaube einfach, auch an der Stelle werden wir uns noch rüsten müssen, viel stärker, als wir es eben heute tun, dass wir zwar auf der einen Seite gerne diese niedrigen Preise bei uns gerne hätten, aber dass sie sich, zumindest nach meiner Perspektive, so nicht werden einstellen lassen, wie die Technologie das im Prinzip hätte. weil dazwischen steckt Transport und Handel vor allen Dingen, also Handel von Gütern und da wird es immer Preisaufschläge geben und je stärker der Rest der Welt sich entwickelt, desto stärker wird auch dort die Nachfrage nach diesen Gütern sein. Im Übrigen in den exportierenden Ländern selber auch. Einige werden vielleicht das Desert-Tech-Beispiel noch vor Augen haben, wo man vor 15 Jahren etwa mit großer Euphorie gesagt hat, wie viel Strom wir aus den nordafrikanischen Ländern importieren können, weil dort die natürlichen Bedingungen so gut sind. Die sind dort sehr gut. Andere Bedingungen waren eben nicht so gut, ich sage mal politischer Art zum Beispiel, aber eben auch das Faktum, dass viele Länder gesagt haben, den Strom, den wir erneuerbar produzieren können in unseren Ländern, den möchten wir auch gerne erst einmal selbst nutzen, bevor wir anfangen zu exportieren. Also für die Entwicklung unseres eigenen Landes. Und da meine ich, müssen wir eben aufpassen, dass wir nicht in so einer Euphorie geraten, wie viele Mengen wir importieren könnten. Das sind so technische Obergrenzen, die man dort definiert. Der Markt wird dort noch mitsprechen und es wird teuer werden für uns, um das mal so auszudrücken. Ja, wir haben bis jetzt das Stichwort Energieeffizienz noch gar nicht fallen lassen. Es ist natürlich wichtig, dass wir insgesamt halt weniger brauchen. Also ein Punkt in diese Richtung ist halt die Elektrifizierung, weil ich dann eben weniger Verluste an manchen Stellen habe, brauche ich auch weniger Primärenergie. Dadurch kann ich natürlich schon auch den Bedarf an Import von Primärenergie verringern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber es wird halt nicht nur elektrisch funktionieren. Alles klar, danke schön. Bevor wir gleich zu den Publikumsfragen kommen, würde mich noch zum Schluss interessieren, wo euch der Klimaschutz oder ob euch der Klimaschutz überhaupt wichtig ist und an welchen Stellen und wie ihr das auch mit euren Jobs, mit eurer Forschung verbindet. Also ich weiß, dass Roland auf jeden Fall sich bei Scientists for Future engagiert. Wo berührt dich der Klimaschutz sonst noch in deinem Leben? Ja, also ich habe jetzt natürlich auch durch die berufliche Beschäftigung für mich natürlich erkannt, dass das nicht einfach so kommen wird. Also ich muss mich auch fragen, wie werde ich denn netto null bis 2045, so ich 2045 schaffe. Ich hoffe mal. Das heißt, dann fängt man halt an und guckt, okay, was kann ich machen? Mobilität, Konsum, Haus, Technik etc. Verhalten. Also es ist eine Mischung aus neuer Technologie und Verhaltensänderung, würde ich mal sagen. Diese Frage kann sich jetzt jeder stellen und muss sich jeder stellen und jede und auch jede Firma letztendlich. Wir machen das auch zum Beispiel am KIT. Wir haben eine Initiative für nachhaltigen Klimaschutz am KIT gegründet, sowas gibt es in anderen Zentren vielleicht auch, ich gehe mal davon aus. Das heißt, wir sind natürlich auch gehalten, als Forschungseinrichtung bald netto null zu erreichen. Das heißt, wir fragen uns auch, was können wir am Institut machen? Da gibt es auch wieder rechtliche Hürden. Ist man überhaupt Bauträger? Und was darf man tun? Ist das Infrastruktur? Ist das Forschung? Also wir machen dann Forschungsprojekte draus, um uns auch dahin zu entwickeln. Also ich glaube, dass es sehr viele Kollegen inzwischen so richtig erfasst hat, wir müssen was tun. Das ist ja eine schöne Sicht in die Zukunft auf jeden Fall. Wie sieht das bei dir aus? Ja, bei mir ist es so, ich sage mal, das Thema Klimaschutz und vorher etwas erweitert, Umweltschutz, das beschäftige ich mich, also ich sage mal, seit Anbeginn meines Arbeitslebens. Also ich erinnere mich noch an meinen allerersten Vortrag, den ich halten durfte bei einer Physikerveranstaltung und da ging es um CO2-Steuern. Das war allerdings schon Anfang der 90er Jahre. Also das Thema, das Thema beschäftigt uns allgemein seitdem und treibt mich natürlich auch insbesondere um. Ja, also da bin ich beim Roland. Es ist nicht nur Technologieentwicklung als eines, ich sage mal, die Frage des Verhaltens, wie verhält sich auch jeder Einzelne, ist natürlich ebenso eine tragende Säule und ich würde sogar noch was draufsetzen, Energieeffizienz natürlich, so gut und so weit wie möglich, aber Verhalten geht sogar noch weiter, weil ich muss mich dann schon fragen, am Ende, ich sage mal, ob, wenn wir sagen, so der Art des Lebensstils, den ich pflege, Konsumverhalten, ob das alles kompatibel ist, eben auch mit dem Weg hin zum Klimaschutz und zu Netto-Null. Da gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen und jeder Einzelne kann bei sich selber anfangen, also Möglichkeiten gibt es immer, sie sind sicherlich unterschiedlich geprägt bei den Menschen, das ist auch völlig klar. Bei dem einen geht mehr, bei der anderen geht weniger, das muss aber am Ende jeder für sich selber natürlich austarieren. So neben so den direkten beruflichen Dingen, die wir da machen und wo wir uns engagieren, wie gesagt, bin ich dann auch in der Region unterwegs, also als entweder direkter kommunaler Mitverantwortlicher oder eben über, wenn man sagt, parteiliche Mitarbeit oder auch in anderen Gremien. Wir gehen auch in Schulen rein, also einfach um junge Leute von Anfang an noch stärker zu sensibilisieren für das Thema, also noch mehr sensibilisieren als eigentlich natürlich viele, viele junge Menschen, das sieht man ja her, als wir heute schon sind. Ich glaube, die jungen Leute sind aktuell nicht das Problem, wir müssen eher die Älteren, also unsere Kategorie erreichen. Dankeschön, ja, ein ganz guter Übergang. Dann wäre meine Frage an euch jetzt, was interessiert euch, was würdet ihr gerne von den beiden noch wissen? Gibt es Fragen? Ich sehe hier ein paar, das Mikro kommt rum, einen Moment. noch mal melden, bitte. Hallo, ich habe noch mal eine Frage zu, die haben ja angesprochen, dass große Möglichkeiten sind, in den Entwicklungsländern durch erneuerbare Energieneinsatz große Gewinne zu erwirtschaften. sehen Sie da nicht auch die Gefahr des Neokolonialismus, dass man in diese Region reingeht, man selbst, die Entwicklungsländer, die, nicht die Entwicklungsländer, die europäischen Länder, die haben die Technologie und sie können sie dann auch einsetzen, aber die Gefahr ist doch dann auch da, dass diese Entwicklungsländer gar nicht daraus profitieren, weil sie selbst die Technologie nicht haben. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen, dass diese Rohstoffe dann einfach ausgebaut werden, aber in dem Land selbst nichts hängen bleibt. Ja, also wir gehen natürlich auch in die Länder und bauen mit den Ländern Technologien auf. Ich meine, das ist natürlich eine starke ingenieurtechnisch geprägte Frage, aber in vielen Projekten, wo wir beteiligt sind, machen wir das natürlich und mein Argument zielte ja genau auf den Punkt ab, den Sie dann nennen. Also es kann eben nicht nur um die westeuropäische oder sogar noch engere deutsche Perspektive gehen, dass bestimmte Länder, wenn wir sagen, uns einfach mal was liefern sollen, sondern wenn, dann kann das auch für die Zukunft nur so stabil und sicher organisiert werden, dass man diese Länder im Prinzip ich nenne es mal mitpartizipieren lässt natürlich. Also es geht nicht darum, irgendwo in Afrika eine Anlage hinzusetzen und dann schicken wir halt noch den Betriebsleitungen und dann exportiert man das zu uns. Also bei diesen Konzepten, die auch politischer mit unterstützt werden, muss man Anfang an, müssen Gesichtspunkte damit rein, welcher Anteil solcher Investitionen auch, wenn wir sagen, aus dem Inland, also aus dem jeweiligen Land bedienen werden kann, wie man im Grunde genommen Anteil liegt, zumindest die Bereitstellung der Energie auch für diese Länder nutzen kann und wie auch am Ende natürlich, wenn es um die Frage von Gewinnen geht, wie auch dort diese Länder partizipieren können. Das ist keine einfache Geschichte. ich für mich würde jetzt nicht sofort so weit gehen und sagen, das ist also eine aktive Form von Konolialismus, die wir da betreiben, aber die Konolialgeschichte ist ja nur da und sie hat das genau gezeigt, was eben da früher war und dass wir Verhaltensweisen nicht unbedacht einfach weiterführen für die Zukunft. Also mein Petitum ist sehr genau, dass diese Länder, die Regionen, wenn man von dort, ich sage mal, eben Strom beziehen möchte, von Anfang an, also eine Konzeptionierung in die demokratischen Verfahren eingebunden werden und letztendlich auch, wenn man sagen, partizipieren im Sinne von Anteilig, zumindest an den Renditen, die erwirtschaftet werden und das zu organisieren ist natürlich nicht einfach und das ist im Wesentlichen jetzt auch keine, ich nenne es mal volkswirtschaftliche Frage an sich, das ist eine Frage, wenn man sagen, der Akteure, die dieses System dorthin bringen wollen und auch politische Einflussnahmen, wie wir es eben machen und mein Argument ist, dass wir eben nicht blauorgig reingehen und sagen, wir organisieren das genau wie früher, ich würde jetzt nicht bis in die Kolonialzeit zurückgehen, aber mein Beispiel war ja Desertec, wo wir einfach sagen, die Anlagen werden dort gebaut und der Strom, der dort produziert ist, der wird in welcher Form auch immer, direkt oder in verarbeiteter Form zu 100% nach Westeuropa gebracht, das funktioniert nicht mehr. Das Problem haben wir ja immer, das ist im Prinzip ja nicht direkt jetzt an erneuerbare Energie und sowas gekoppelt, das gilt für T-Shirts, für Jeans, für Plastikmüll, für Elektronikschrott, kann beliebig viel aufzählen. Das ist immer eine Frage der Standards. Wir müssen halt alle Nachhaltigkeitskriterien beachten. Gibt es weitere Fragen? Genau, ich hätte eine Frage an Roland und zwar haben Sie ja die Nutzung von synthetischen organischen Stoffen als Energiequelle angesprochen und ich wollte fragen, inwiefern das zukunftsfähig ist, weil auch wenn ich synthetisches Kerosin verbrenne, entsteht ja CO2 und Emissionen sollten ja generell vermieden werden und den einzigen Vorteil, den ich dort jetzt spontan drin sehe, ist ein wirtschaftlicher, also dass man sich unabhängig von Produktionsländern macht und ich wollte fragen, ob Sie dort vielleicht einmal ausführen können, wie das eine zukunftsfähige Energiequelle sein kann. Also die, also Kerosin ist jetzt ein Beispiel, die These ist einfach, dass der Langstreckenflug nicht weggeht und absehbar eigentlich immer so einen chemischen Energieträger braucht. Also es gibt Entwicklungen elektrisch zu fliegen, das geht nur mit kurzen Strecken, es gibt Entwicklungen mit Wasserstoff zu fliegen, vielleicht ab 20, 30, Mittelstrecke, aber der Langstreckenflug nicht und auch zum Beispiel Schiffe, die lange Strecken unterwegs sind, werden aus technischen Gründen höchstwahrscheinlich auch einen flüssigen Kraftstoff brauchen. Und die Idee ist dann, dass man im Endeffekt nicht vermeidbares CO2 oder CO2 aus der Luft nimmt als Ausgangsstoff und dann mit erneuerbarem Strom oder sagen wir mal, wir denken an erneuerbaren Strom, es gibt natürlich auch den Ansatz Strom aus Atomkraft, aber sagen wir mal, mit CO2-freiem Strom daraus eben einen chemischen Energieträger zu machen, der dann, wenn er verbrennt, wieder CO2 liefert und dadurch im besten Fall ein CO2-neutraler Kreislauf entsteht. Wenn ich aus der Luft nehme, dann kriege ich es wieder in die Luft. Jetzt muss man beachten, beim Kerosin gibt es die Nicht-CO2-Effekte auf den Treibhausgaseffekt. Das heißt, die Wolkenbildung ausgelöst durch Kondensationskeime, die aus der Verbrennung resultieren. Da sind zum Beispiel diese synthetischen Kerosin-Qualitäten besser als die fossilen, aber das muss man trotzdem berücksichtigen. Also so ist erstmal die Denkweise. Idealerweise ein Kreislauf und die Verwendung für die Transportanwendungen, wo wir keine vernünftigen Alternativen haben. Jetzt muss man aber dazu berücksichtigen, wenn ich jetzt aus Kohlendioxid solch einen synthetischen Kohlenwasserstoff erzeuge, Kerosin, dann kann ich nicht nur Kerosin kriegen. Ich kriege auch Nebenprodukte. Ich kriege auch Dieselfraktionen. Was mache ich damit? Lasse ich die Anwendung zu? Wo lasse ich die Anwendung zu? Wenn ich die nicht zulasse, mache ich den ökonomischen Fall natürlich für das Kerosin oder für den Schiffstreibstoff schlechter und reduziere den Anreiz, da rein zu investieren. Außerdem habe ich ja alle möglichen Bestandsflotte. Also ich habe alle möglichen Fahrzeuge und Flugzeuge und Schiffe und Arbeitsmaschinen, die aktuell fossile Stoffe verbrennen. Wenn ich also solche Stoffe da zulassen würde, würde ich auch insgesamt den CO2-Reduktionseffekt verstärken. Das ist mein Bild auf diese Frage synthetische Kraftstoffe. Haben die eine Zukunft? Meiner Ansicht nach haben sie auf jeden Fall eine Zukunft in den beschriebenen Segmenten und es wäre auch gut, wenn man sie, wenn sie so hergestellt sind, wie ich es beschrieben habe, als grüne Produkte einstuft. Also man könnte sich das als CO2-Recycling vorstellen? Das ist im Prinzip CO2-Recycling genauso wie auch für die Chemie CO2-Recycling gedacht wird. Für die Chemie ist es so, man hat Plastik-Recycling, Biomasse und CO2 im Auge als zukünftige nicht-fossile Kohlenstoffquellen. Also weg vom Öl und dann eben Plastik, Biomasse und CO2. Eine kurze Frage schaffen wir noch? Da vorne sehe ich noch eine Meldung. Danach müssen wir leider zum Ende kommen. Noch mal eine Anschlussfrage dazu, wir haben ja auch viel von ökonomischer Effizienz geredet. Wenn wir jetzt das CO2 noch aus der Luft holen müssen, wie ist denn da der Aufwand und die Kosten? Also kann das auf absehbare Zeit, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, okay, wir wollen Kreislauf haben, wir ziehen es erst aus der Luft, gibt es da irgendwie realistische Ansätze, dass das irgendwann bezahlbar sein wird? Oder wie sehen Sie das? Also wir haben ja das Thema Netto-Null im Wesentlichen und es wird Bereiche geben auf eine Zukunft, die in einem gewissen Umfang CO2 emittieren. Also muss es andere Bereiche geben, wo wir mehr machen, als einfach nur auf 0% runterzugehen. Und eine Technologie, die natürlich da im Raum steht, also Direct Air Capture zum Beispiel, wird da ja thematisiert. Ich meine, aktuell kann man das schon machen. Aktuell werden das, ich kann Ihnen eine genaue Zahl sagen, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass das natürlich aktuell so teuer wäre, dass Sie damit im Moment sinnvollerweise nichts machen können. Sie müssen sich das aber ja so vorstellen, Sie müssen ja die Frage, welche Technologie setze ich ein, immer daran auch messen, was würde es mich kosten, wenn ich eine alternative Technologie für Klimaschutz einsetze. Und da wir uns da ja auf einem Pfad bewegen, wo einfach das teurer wird, also auch CO2-Zertifikate werden ja teurer, bewegen wir uns im Prinzip mittel- bis langfristig in so Phasen rein, wo auch Direct Air Capture eine Rolle spielen kann. Sicherlich ist es so, Direct Air Capture Anlagen, da wird es auch ein Upscaling geben müssen. Ich meine, es gibt schon Anlagen, die laufen, es gibt auch ein Schweizer Unternehmen, welches damit schon operiert, aber um das wirklich dann, wenn wir mal sagen, im großen Stil einzusetzen, muss es natürlich ein Upscaling geben. Upscaling bedeutet, die Anlagen werden auch einfach größer und sie kommen darüber hin, also hoffen zumindest zu einer Kostendegression. Aber ich muss jetzt im Moment gestehen, eine genaue Zahl der heutigen Kosten von Direct Air Capture könnte ich Ihnen nennen, aber vielleicht kann der Roland das. Also das liegt im Bereich von einigen Hundert Euro oder Dollar pro Tonne im Moment, aber die sind ja quasi Handmade, wenn ich so will, da gibt es ja nur ganz wenige. Also das ist einmal diese Serienfertigung wird natürlich die investitionsbezogenen Kosten senken und das andere ist natürlich die Energie. Und da brauchen die Verfahren relativ viel Energie, wobei man da unterscheiden muss zwischen Strom und Wärme. Strom geht, ist halt die Luftmenge muss kontaktiert werden, da muss ich halt relativ viel Luft bewegen. und die Wärme könnte Abwärme sein, könnte Solarwärme sein, dadurch habe ich die Möglichkeit, das ist das, was diverse Studien hergeben, dass ich in die Gegend von 100 Euro, 100 Dollar pro Tonne perspektivisch kommen könnte. Und wenn man das jetzt umrechnet, dann sind das ungefähr 30 Cent pro Liter, meine Währung ist immer Liter flüssig irgendwas. Jetzt können Sie vergleichen, Strom und CO2, dann kommen Sie zu dem Ergebnis, dass der Strom wichtiger ist als das CO2. Es sei denn, das CO2 kostet wirklich 1000 Euro die Tonne, dann ist natürlich das auch zu teuer. Aber ich würde sagen, wenn der Energieverbrauch reduziert werden kann, oder es Abwärme und sonstige CO2-freie Energie ist, hat auch Air Capture eine gute Perspektive. Wir werden nicht so weitermachen können wie bisher und dann alles aus der Luft holen, das macht überhaupt keinen Sinn, aber den Rest und der Rest ist immer noch viel, müssen wir eigentlich auch dafür oder auch auf Direct Air Capture setzen. Vielen Dank für eure Fragen. Aufgrund der Zeit müssen wir jetzt leider zum Ende kommen und um das Ganze vielleicht einmal abzuschließen, würde ich euch bitten, in einem Satz mal kurz zusammenzufassen, was ihr euch von der Zukunft wünscht. Ich vermute, dass das so ein bisschen in die Politikrichtung geht. Könnt ihr das in einem Satz kurz formulieren, wie eure Wünsche für die Zukunft in Bezug auf Energiesysteme in Deutschland aussehen? Ja, das ist eigentlich für mich relativ klar. Ich meine, ich habe inzwischen drei Enkel. Ich hoffe, dass das alles ein gutes Ende nimmt und die Welt nicht im Chaos versinkt, dass jeder um die letzte Tonne irgendwas kämpft. das ist die Herausforderung, die wir haben und die haben wir nicht irgendwann, sondern die haben wir konkret jetzt. Danke. Ja, kann ich nicht ganz mithalten, ich habe zwei Enkel, aber natürlich ansonsten ist der ganz bewusste Wunsch natürlich genauso. Ich sage mal, wir wollen natürlich unseren Kindern, auch Enkelkindern, den nächsten Generationen, nicht das völlige Chaos überlassen. Ich wünsche mir von unserer Politik, dass wir hier ganz zielgerichtet weiter vorgehen und entsprechend eben auch Regulierung reinziehen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir möglichst viele Leute auf dem Weg positiv mitnehmen. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich zum Schluss bei Roland Dittmeier und Wilhelm Kux-Hinrich für eure Teilnahme und vor allen Dingen für eure Expertise. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Danke ans Publikum für eure Fragen und auch, dass ihr da wart. Dittmeier